So, willkommen zurück zu Spider-Man auf der PS4 und zwar gibt es jetzt hier kein Let's Play oder keine Nebenmissionsmäßige Dinge, was ich, habe ich ja gesagt, ich mag sie nicht, sondern jetzt gibt es das gute alte, ja, Rangliste, also er steht ja sowieso im Videotitel auch, was es ist, ja, die Rangliste, welche meine Lieblingsoutfits sind und ich habe das jetzt so gemacht, ich habe von Platz 40, also Platz 40, der für mich, ja, hässlichste, hässlichste Anzug, würde ich jetzt, ja, kann man eigentlich so sagen, also ähnlich ist schon Platz 40 das beschissenste und Platz 1 ist dann der Top Dude Ever, ja, und jetzt werde ich das ja machen, ich habe den Platz 40 schon ausgerüstet, dann werde ich jetzt immer dann, ich hoffe, ich werde bei jedem Anzug dann einen Cut schaffen, aber normal müsste es klappen und dann erkläre ich kurz, warum ich den Anzug so mag oder warum ich den Anzug nicht so mag, und ja, deswegen würde ich sagen, wir fangen jetzt einfach mal an mit dem Platz 40 Anzug und das ist der Jute, der alte, nicht der neue Anzug, sondern der, der Geistanzug, ja, warum ich den, warum der Platz 40 ist, ist ganz einfach, ich finde, es ist jetzt, nur zu jedenfalls ist meine komplett persönliche Meinung, also ich kenne viele YouTuber, die sagen, nee, der Anzug ist geil oder der Anzug ist geil, das ist meine eigene Meinung, und ich finde den Anzug richtig unschön hässlich, whatever, because einfach, also es passt nicht so zu Spyman, ich weiß, es gibt Comics auch von dem, aber ich mag den überhaupt nicht, also so die Flammen und so der Totenkopf, das passt einfach nicht zu Spyman und die Spinne da hinten und da vorne, nee, ist einfach nur nee, okay, dann, Numero 39, so, Numero 39 ist, ja, jetzt kommt neuer Anzug, ist nicht komplett letzter Platz, aber 39, warum der, ganz einfach, weil so viel Schleichdinger ist der okay, der, 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 der passt gut, okay, passt, nehme ich an, aber so ist er jetzt nicht so mein Fall, also, hier sind wir, also, ein Spider-Man Anzug sollte meiner Meinung nach auch ein Spider-Man Logo haben, hat er nicht, der hat sogar eine Waffe fällt mir gerade auf, der hat einfach eine Waffe, Spider-Man hat nochmal keine Waffe, okay, also, ja, deswegen, der Anzug ist für mich auch so gut wie ein No-Go, okay, passt, dann Platz 8 ist der Bombastic Backman Anzug und bei dem ist es so, warum hat der eine Tüte über dem Kopf, also so ist der Anzug, kann man, kann man auch, kann man sagen, ist okay, ist ne geile Idee, weil so Fantastic Four mäßig, also die Vier, kann man machen, mich stört halt nur, deswegen ist der, also er wäre weiter unten auf der Rangliste, nur mich stört halt die Masse, äh, die, die Tüte, die stört mich, wenn die nicht wäre, dann wäre er, weiß ich, er wäre da vorne, aber ist, ist es halt nicht und deswegen, Platz 4 und der hat auch wieder keine Spinne, kein Spinnensymbol, deswegen, ja, der Platz 8, so, Platz 37 ist die jute alte Unterwäsche, die, was wir ja auch bei der Story kurz mal gesehen haben, so wie der dann ganze Spaß aussieht und ja, also für die, ich würde sagen für die Frauen und so, ist der Anzug sicher, der Anzug, in Anführungszeichen, sicher, not bad, ich persönlich, äh, mag ihn nicht, erstens, weil, weil es nur Unterwäsche ist, das interessiert mich halt wenig und zweitens, weil, es ist lustig, okay, aber es passt einfach nicht, weil, ich weiß, ich weiß auch nicht, ich mag ihn halt nicht so und, äh, ja, so, das Lustige, was ich finde, sind, äh, das ist der Unterwäsche, die, bei den Shorts, die 1000 Spider-Man-Dinger, okay, dat kann man machen, aber sonst, ja, naja gut, dat ist auf jeden Fall, mein Platz 37, Platz 36 ist, äh, der Cyborg-Anzug, der, was ja auch, äh, beim DLC reingekommen ist, und, da ist, ich sag's mal so, so, die Idee ist ja gar nicht schlecht, also, so, äh, bei dem Arm, diese mechanische, wird auch immer der Sensor, ist nicht schlecht, und so haben sie auch das Design vom, äh, normalen, klassischen Anzug genommen, aber, es sieht einfach so, ja, es sieht Cyborg-mäßig aus, und das passt halt nicht so direkt, so, so Spider-Man, because, ja, das Ding, was ihm auf dem Kopf, dieses, dieses, dieses Band, oder, was weiß ich, was das sein soll, und hier, das ist auch aufgenäht, sieht man so ein bisschen, ja, es ist halt, und der Gürtel, der Gürtel erinnert mich auch ein bisschen an Deadpool, nur mit anderen Farben, und, ja, deswegen, ist das halt, ein, mein guter Alter, Platz 36. So, Platz 35 ist der ESU-Anzug, ähm, kann man eigentlich auch theoretisch sagen, ist halt wie der Unterwäsche-Anzug, nur, dass halt bei der Unterwäsche halt eine Unterwäsche ist, und hier ist es halt nur das ESU-Outfit, weil das hat er, das bekommt man ja sowieso, wenn man 50, äh, verschieden, äh, geheime Bilder fotografiert, und man sieht das ja auch in der Cutscene, bei der vorletzten Cutscene, mit Miles, hat er das ja auch an, nur halt hier hat er die Maske an, because, weil er halt draußen herumkurvt, und, ja, so, ansonsten ist es halt nicht wirklich ein zweitmaler Anzug, deswegen ist er ganz weit hinten bei mir, und, ja, es halt stinknormales, typisches Outfit, nur halt mit einer Maske, das ist eigentlich alles. Platz 34 haben wir den Wrestler, und, ja, der ist für meine Verhältnisse wirklich ganz weit oben, also, ja, kann man nicht sagen, ganz weit oben, äh, weil, das gibt auch einen bestimmten Grund, ähm, es ist halt wieder so, dass das übliche, übliche Thema, äh, ich mag solche, selbstgemacht, und es ist eigentlich nur ein Pullover, was einfach das Spider-Man-Logo oben hat, und hinten so ein uraltes Ding, also ich, ich bin nicht so ein Fan von den uralten Dingen und so, das, das ist halt das Problem. Also ich mag so klassische Dinge schon, aber solche, so, so selbstgemacht und so, vom ersten Teil, wo er im Wrestling-Ring war, ja, kann man machen, aber ist jetzt nicht so mein Fall, und die Maske ist schön und gut, und, ja, Pullover, okay, Hose, okay, ja, aber gut, ist nicht mein Fall, und deswegen Platz vier. Platz drei Interesse, kann man den selbstgemachten Anzug, und, was soll ich bei dem sagen, eigentlich theoretisch fast das gleiche, wie beim Wrestling-Anzug, es ist halt, so ein typischer, selbstgemachter Look, weil es ja auch selbstgemacht ist, und, aber hier muss ich trotzdem sagen, deswegen ist der auch eine Stufe weiter vorne, ich heiße einfach mal vorne, als der Wrestling-Anzug, weil, äh, hier sieht man, das sieht schon, äh, irgendwie besser aus, also der Pullover, das sieht schon, so von der Grafik her auch, also, der Wrestling-Anzug gehört ja auch nicht schlecht ausgesehen, von der Grafik, aber hier finde ich, so das Beste, ich weiß auch nicht, wie ich das beschreiben soll, und, ja, von den Armen her, äh, sieht es auch nicht schlecht aus, muss ich sagen, ja, guck, guck auf die Arme, genau, das meine ich, und, ja, also, im Großen und Ganzen kann man nicht machen, ich finde es nicht so top, aber es ist, es ist ein gebürtiger, äh, Platz 34, so, Platz 32, und, äh, Randnotiz, ne, äh, der selbstgemachte Anzug war Platz 33, und das ist jetzt Platz 32, der Scarlet Spider-Anzug ist das, und bei dem muss ich sagen, also, die Steigerung ist schon da, also vom, vom Selbstgemachten, also vom, ne, vom Wrestler bis hin zu selbstgemachten, bis hin zu Scarlet, also man merkt schon, es wird besser mit dem Anzug, und, deswegen ist der auch auf Platz 32, und, ja, also insgesamt ist es auch wieder so, ja, er ist selbstgemacht und mit dem Pullover, obwohl ich den Pullover gar nicht so schlecht finde, mit dem Spiderman-Log, mit dem schwarzen, hinten auch, so quer ein bisschen, kann man auf jeden Fall machen, und, so durchgehend rot, und dann nur der Pullover ist blau, geht auch, und, ja, und die Linken sind auch anders, finde ich auch besser, und so das Muster selber von den Armen, das finde ich auch richtig, richtig, richtig schön, ja, und deswegen, auf einem guten Platz 32, Platz 31, kann man den schönen, kann man sagen, wenn man will, letztes Gefechtanzug, ja, letzten Gefechtanzug, ähm, das erinnert mich ein bisschen an den neueren Anzug, mit dieser Jacke, die was, die was so seitlich zugemacht ist, aber, ja, die Maske ist theoretisch eigentlich fast gleich, so wie beim, beim Scarlet Spider Anzug, und, ja, also, ist völlig okay, es ist nicht, nicht perfekt, es ist noch immer so zivilmäßig, also es ist nicht wirklich superheldenmäßig, aber, ja, kann man machen, es ist dann ein komplett anderes Outfit, äh, der Spider Clan, und bei dem muss ich sagen, äh, so ist die Idee eigentlich voll, völlig bescheuert eigentlich, aber, äh, da, das haben auch andere YouTuber gesagt, die was, das Outfit hatten, es sieht, wenn man den Anzug hat, sieht die Welt realistisch aus, ich weiß, ich weiß, warum sie das sagen, und ich verstehe es auch, bei mir kommt es auch so vor, wenn man, so, wenn man so steht zum Beispiel, sieht die Welt einfach realistisch aus, mit dem Outfit, es ist einfach wirklich so, und deswegen, ja, also ich verstehe hinten nicht ganz genau, warum der so komisches, irgendwas hat, soll das irgendwie, weil, so Spielen haben ja hinten eh immer so, 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 so einen fetten Arsch, oder wie auch immer man das nennen will, ich habe keine Ahnung, hat man ja auch bei der, hat sie gesehen, von der Spielen über das Malz gebissen hat, ähm, die hat ja hinten auch so riesige, wo halt die Netze rauskommen, und so, deswegen soll das wahrscheinlich das symbolisieren, und ja, also, kann man machen, ist jetzt, ja, die, die Maske, ist halt eh schon so ein typisches Netzteil, was man eh kennt, und sonst, ja, ist es halt so ein Typ, Teenager-mäßig auch ein bisschen, würde ich sagen, tja, und deswegen, ist es auf, einen guten, verdienten Platz 30, Platz 29, hat, ähm, der Iron Spider Armor, und warum ich, wenn, warum der so weit, äh, hinten ist, ähm, kann ich ganz einfach sagen, es ist ja irgendwie so eine Anspielung, oder so ein Easter, ich habe keine Ahnung, irgendwie sowas, äh, von, Iron Man sein, deswegen heißt es ja auch Iron, wie heißt der Anzug, Iron Spider Armor, genau, und ja, Iron Man, Iron Spider, ist schon klar, und es sieht ja auch so ein bisschen, auch so rot, gold mäßig, das erinnert schon ein bisschen an Iron Man, nur das Ding, was mein Problem ist, ich bin kein, ich bin überhaupt kein Fan von Iron Man, das hat jetzt mit dem, fast eigentlich nichts zu tun, aber ja doch eigentlich schon, und deswegen ist es einfach so, ja, ich mag den Anzug eigentlich nicht, eigentlich doch wegen Iron Man, und, obwohl ich dazu sagen muss, dass die Spinne vorne, das sieht doch relativ gut aus, so wie sie hinten dann so ein bisschen, und dann zu dem, ja, Punkt hinten wird, aber vorne kann man, ja, ist auf jeden Fall nicht schlecht, und die Maske, ja, ist auch okay, also so die Farben und so, die passen recht gut, gut, deswegen ist das auf jeden Fall, äh, mein Platz, welcher Platz, der 29. Platz, Platz 28, haben wir den Iron Ake Man, Armor Anzug, und der erinnert, nicht nur mich, sondern auch ein paar andere Leute, an, äh, den Power Rangers so ein bisschen, weil, ja, kann man eigentlich schon sagen, weil es jetzt, es ist eigentlich gar kein Anzug mehr, aber man kann schon sagen, es ist ein Roboter, weil, äh, die Füße und so, das ist jetzt eher so, ich weiß auch nicht, erinnert schon sehr an Roboter, also, was mir erst aufgefallen ist, bei dem Anzug, sind wirklich die, die Schuhe, also diese, Power Rangers Schuhe, und das Logo, hier, da kann ich wirklich sagen, geht's noch weiter, äh, nein, das Logo sieht, sieht richtig gut aus, so wie es in die, in die Rüstung eingebaut ist, so mit der Spinne und so, das, das sieht richtig gut aus, hinten ist zwar nix, aber das, kann ich auch verzeihen, und da die Maske, ja, kann man auch, kann man auch, kann man auch, kann man auch gut finden, würde ich, würde ich auf jeden Fall sagen, und, was mir jetzt gerade aufgefallen ist, ähm, die, die Maske, da, 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 sind theoretisch vier Augen, also acht Augen, und wie viel hat die Spinne, acht Augen, glaube ich zumindest, und, ja, deswegen, die, die Maske passt auch so relativ gut, sieht zwar wirklich aus, ein bisschen robotermäßig für mich, aber, deswegen, ist es auch der Platz, so, der nächste Anzug ist, Carlet Spider Anzug 2, und, ja, was soll ich dazu sagen, also, so vom Design her, äh, gefällt mir der Anzug doch relativ gut, das einzige, okay, sagen wir mal so, äh, vorne, das rote, mit der, mit der schwarzen Spinne, richtig schön, und hinten halt das schwarze, mit der roten Spinne, ist auch richtig, richtig schön, das einzige, was ich zu bemängeln habe hier ist, dass es unten, dass die Beine und so, rot sind, wenn die, äh, schwarz wären, ja, wenn nur die Hose schwarz wäre, und die Stiefel auch wieder rot sind, perfekt, aber es ist halt unten alles rot, das ist das Problem, sonst wäre der, sonst wäre der Anzug auch, sieh auf jeden Fall weiter, weiter oben in der Rangliste, das heißt halt oben, ihr wisst schon, hier weiter Platz 10 und so weiter, aber, ist er leider nicht, und deswegen ist er jetzt hier, einfach auf dem Platz 27, aber so, und die Augen, die roten Augen, ja, es ist, es ist eine gute Bischung zwischen rot und schwarz, nur halt unten wäre es ein bisschen, nur die Hose schwarz, und dann wäre es perfekt gewesen, aber okay, so, weiter mit Platz 26, Platz 26 haben wir den Future Foundation, äh, Anzug, genau, und der ist ja auch dann bei den letzten DLC auch rausgekommen, und ich finde ihn so eigentlich ganz okay, also, ist okay, ist jetzt nicht der schönste, ist auch nicht der, der schlimmste, kann man sagen, ist ein Mittelmaß, die Augen sind so ein bisschen zu großfindig, warum die auch immer so direkt rausballern aus der Maske, weil sonst wären sie ja drinnen in typischen Spider-Man Outfits, aber okay, und so, das, das Logo ist eine, verbindet sich auch relativ gut, äh, mit dem anderen, also das vordere Logo verbindet sich relativ gut, mit dem hinteren Logo kann man auch auf jeden Fall schön finden, und auf das, das seitliche ist es halt schwarz, und in der mitten ist es weiß, also schöne schwarz, schwarz-weiß Mischung, ja, doch, kann man auf jeden Fall, kann man auf jeden Fall in Ordnung finden, okay, weiter mit dem, der nächste heißt in Spider-Wersum, oder Wersum, und da ist schon eine sehr große Ähnlichkeit mit dem typischen Standard-Spider-Mans, und trotzdem ist er nicht ganz weit oben, das kann ich auch gleich sagen, warum, glaube ich, ähm, ich habe ja beim Let's Play schon mal gesagt, es gibt ja jetzt einen Film hier mit Miles und so, ich bin jetzt nicht genau sicher, weil der Anzug heißt schon so ähnlich in Spider-Universe, so wie der Anzug auch heißt, also der Film heißt gleich, circa, ungefähr, glaube ich, und ja, er sieht einfach standardmäßig aus, aber er sieht halt auch, er sieht auch so comic-haft aus, also man kann auch stattdessen wieder sagen, dass die Welt bisschen realistischer aussieht, und so, die Augen sind jetzt auch wieder normal, nicht so wie bei einem anderen Anzug, du wirst rauspicken, nee, das ist jetzt auch wieder ganz normal alles, und die Spinne ist so ganz klein, und ja, ist so, ist so ein ganz typischer Standard-Anzug, ein bisschen mehr Comic, ein bisschen mehr Film, mäßig, ja, der nächste Anzug, wie man schon merkt, heißt dunkler Anzug, und den bekommt man ja, wenn man die Black Cat Mission alle macht, und so theoretisch passt es eigentlich auch ganz relativ gut zu Black Cat, weil es sieht auch alles so lack- und ledermäßig aus, und das passt halt zu Black Cat, weiß man, und was ich mal relativ schön, also richtig cool, geil auch finde, ist die rote Spinne da und da, obwohl, es ist nicht wirklich aus wie eine Spinne, aber es ist so ein Spinn-Logo, das erkennt man schon, und die roten Augen, kann man schon machen, sonst ist halt alles schwarz, aber genau die, die vier Sachen, also die drei Sachen, die zwei Spirren und die Augen, ja, doch, und die Schultern sind auch so gepanzert, das finde ich auch nicht schlecht, ja, doch, sieht nicht schlecht aus. Der nächste ist der Vintage Comic Book Anzug, und bei dem ist es halt auch ganz klar, so wie bei dem Spider-Clan Anzug, wenn man hier mit dem Anzug steht, die Welt sieht einfach realistisch aus, ist ganz klar, und ja, hier ist halt auch wieder so standardmäßig der Anzug, also so, ja, Standard Spider-Man, rot, blau, schwarz, ähm, und ja, es kommt halt, es kommt halt drauf an, es ist halt gezeichnet, man merkt halt, es ist gezeichnet, und das war ja so einer der ersten Spider-Mans, deswegen auch Comic Buch Anzug, und so sah halt der Spider-Man früher aus, obwohl es jetzt nicht wirklich der Unterschied ist zu heute, aber, ja, also kann man nicht gerade was sagen, ist halt so ein typischer Standard Spider-Man Anzug. Der nächste in der Liste ist der nackte Angst Anzug, und hier muss ich sagen, der wäre echt unter die Top 10, glaube ich, der wäre safe unter die Top 10, aber das einzige Ding, was mich wirklich stört, sind diese Arm-Dinger, warum sind die so groß, wenn die ein bisschen klein oder so, das wäre perfekt, aber die sind so übermäßig groß, man, 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 da stört mich auch so gut wie gar nicht die kleine Mini-Spinne hinten, und da vorne ist, ja, okay, man kann eigentlich sagen, dass der Anzug auch theoretisch gleich ist, wie der Standard, der komplett standardmäßige Anzug, also rot, schwarz, rot, blau, schwarz, nur in den anderen Farben, weil so die Spinnen und hinten, das ist eigentlich alles komplett gleich, nur ich weiß nicht, warum die, warum, warum man solche Dinger reingebaut, reingebaut hat, ich weiß nicht, gibt es den Anzug auch in Comics und so, und ja, warum, warum die, die, die Dinger bei den Armen, also solche großen Dinger, das ruiniert ein bisschen den Anzug, ansonsten, die Farbe so neon, blau, blau, schwarz, irgendwie so, also dunkelblau, dunkelblau, schwarz, ist auf jeden Fall super, und, ja, also so das Muster ist halt, äh, das Standard, Standard Spider-Man Muster, sagen wir so, und ja, das ist das Einzige, was das kaputt macht, ist halt die Armdinge, aber sonst, ist es ein relativ, schönes, der nächste ist Spider-Man, äh, das Spider-UK Anzug, und hier kann ich auch sagen, ist okay, die Spinne ist hier umgedreht, warum auch immer, und vorne hat er keine Spinne, okay, kann man, ist auch okay, aber ist jetzt nicht so mein Fall, und, ja, so theoretisch kann ich auch nicht viel dazu sagen, außer, dass es hier auch wieder das Thema ist, wie bei einem anderen, ähm, wenn das Rote oben auch ein bisschen mehr bei der Hose wäre, dann wäre es auch okay, also so ein bisschen Abwechslung, einmal Rot, einmal dann die normale Farbe, und dann wieder Rot oder so, aber nicht durchgehend immer vom Bauch, oder von den Rippen, also vom Rücken, bis komplett runter, alles die gleiche Farbe, das stört mich ein bisschen an dem, aber ansonsten, ist auf jeden Fall schön, und was mir jetzt gerade aufgefallen ist, äh, die Armdinge sind auch so, so ein schöner, ein schöner Spinnensymbol, also so ein schönes Spider-Man-Symbol, das finde ich auch nicht schlecht, obwohl er nur bei einer Seite hat, er hat es nur, ja, er hat es nur links, und rechts hat er halt das stinknormale Ding, was er sowieso immer hat, und halt, ja, kann man aber auch, es sieht relativ schön aus, ah, dann haben wir den Ausdaueranzug, und hier sieht man schon, es ist sehr metallisch, und so ein ganzer Spaß, und das Logo ist, ist auf jeden Fall wieder größer, und es verschmilzt auch schön wieder, also es geht rundherum, mit dem anderen Logo, und das sieht aber auch komplett gleich aus, aber, sowas mag ich eh, und hier zum Beispiel, habe ich das gemeint, hier passt, also hier oben, ist hier rot, und dann ist halt vieles, was ist das für eine Farbe eigentlich, so dunkel, wieder dunkelblau, aber es ist kein blauer, ich weiß nicht, irgendwie so, so eine komische Farbe, kann ich nicht beschreiben, und unten, ist es auch wieder rot, also schön oben rot, händemäßig rot, und unten ist es rot, und theoretisch, der Oberkörper und so, und die Oberschenkel ein bisschen, ist in der anderen Farbe, also sowas, ist auch nicht schlecht, und so überhaupt, die Grafik und so, sieht auch, ganz in Ordnung aus, mit dem Anzug, Platz 19, ist der Tempoanzug, und der muss ich theoretisch sagen, ist okay, nur die Maske, gefällt mir überhaupt nicht, also das ist, so das Logo, das ist okay, es streckt sich nur ein bisschen, sehr weit, es streckt sich ein bisschen, sehr weit, durch den ganzen Körper, also wenn es nur oben wäre, das wäre okay, so ein bisschen groß, passt, aber es streckt sich einfach, durch den ganzen Körper, und auf der Hinterseite auch eigentlich, verbindet sich zwar, aber ja, ist jetzt nicht so mein Fall, und der Kopf, das ist so, das ist wieder so nicht, standardmäßige Spider-Man, ich mag so standardmäßige Spider-Mans, und deswegen, ja, der Kopf ist jetzt nicht so meins, und die Beine mäßig, sind eh ganz in Ordnung, die passen, die sind ganz in Ordnung, und die Arme, passen eigentlich auch dazu, logischerweise, und ja, es sieht halt auch wieder, sehr robotermäßig aus, sieht halt sehr, wie der, wie der, gute alte, ähm, Aron Aikman Armour aus, ja, so sieht er, theoretisch aus, aber okay, kann man, kann man machen, muss man jetzt nicht, der nächste in der Reihe, ist der elektrisch isolierte Anzug, und ich weiß nicht, warum, aber ich mag den Anzug, irgendwie, ich weiß nicht, ich, ja doch, weil er so gut gepulsiert ist, oder, das sieht so aus, als wäre, als hätte es beide nochmal Muskeln, also, was sowieso schon hat, und, da hinten, da sitzt so, ja, es sieht halt so, so Agent mäßig, also, Agent mäßig ist vielleicht das falsche Wort, aber, ihr wisst, was ich meine, da hinten, bei den Ohren, geht es so ein Kabel, da hinten, da oben, geht es so ein Kabel, da sieht so, bisschen, bisschen robotermäßig sieht es auch aus, es ist eine schöne Mischung, zwischen robotermäßig, zwischen, volle Power, und zwischen Agent, kann man gut sagen, finde ich, und das Spider-Man Logo, das ist zwar komplett bescheuert, auch hier hinten, das ist komplett bescheuert, so eine Acht, das ist einfach nur, irgendwie eine Acht, das hat mit Spinnensymbol jetzt nichts zu tun, aber okay, und so die Polsterung, so bei den Armen, ist ganz okay, bei den Ritten, sieht es auch gut aus, so die Mischung zwischen den Farben, kann man auch auf jeden Fall sagen, ist okay, ja, und die Maske selber auch, ist wieder, ist wieder so ein typisches Spinnen, äh, so ein typisches, äh, typisches Spider-Man Gläser, und das, so typische Dinge mag ich, ja, das hat mir eh schon im Ende bekommen, okay, ist es ein Spider-Armor-Anzug, MK3, und, ja, warum heißt er wohl, äh, Spider-Armor-Anzug, genau, weil hier sehr viel, äh, schutzmäßig, grüßungsmäßig, alles mögliche ist, aber trotzdem, muss ich sagen, der Anzug gefällt mir auch, weil das Logo ist schön groß, wieder, das verbindet sich auch theoretisch, mit dem, äh, mit dem hinteren Logo, und ist zwar ein bisschen was anderes, aber man erkennt schön, dass es eine Spinne ist, und der Helm, der passt, aber hier, der passt mir hier doch, obwohl es jetzt nicht so das typische Standard-Spider-Man-Ding ist, aber trotzdem passt er mir, und ja, so schultermäßig, so diese, diese, diese mechanischen, diese, äh, Rüstungsdinger, diese Stahlrüstungen, gefällt mir auch, und hinten sieht es halt so aus, als hätte er das als Rucksack, so, und das gefällt mir auch, so ein bisschen, ich weiß nicht warum, aber, und so, oder Nacken, und so, es sieht schon sehr mechanisch aus, aber, es sieht nicht aus wie der rechter Anzug, aber es sieht mechanisch aus, aber trotzdem gefällt er mir, bei dem Anzug, also der ist, trotzdem, nicht schlecht. Platz 16, geht an den Monster-Tarn-Anzug, und hier muss ich sagen, der Anzug ist, wirklich, relativ schön, das einzige, was ich hier, bemängeln muss, ist, ähm, die Logo, also, die Logo, das Logo, das was, für meinen Geschmack, unten ein bisschen zu weit runter geht, wenn es so, irgendwie, in der Nähe von den Rippen, der eigentlich, von dem Sixpack, irgendwie da aufgehört hätte, wäre es perfekt gewesen, aber sonst, so diese, dieses Neon-Grün und so, und das, das sieht schon relativ, wirklich, nicht schlecht aus, und unten, bei den Füßen, so ganz, die, so zwei Strichen, mit dem Neon-Grün, ist auf jeden Fall auch nicht schlecht, und der Unterarm, ja, also immer die schönen, grünen Strichen, und das passt halt auch mit der Maske zusammen, weil, grüne Augen, so, das ist aber, wieder das Standard, grü, äh, das Standard, ich kann nicht mal reden, das Standard, Spider-Man, die Standard-Spider-Man Augen, und, die sind halt auch grün, die passen halt dazu, weil, wäre es ja bescheuert, wenn die jetzt rot wird, oder was weiß ich was, aber ne, die passen halt, so näher und grün dazu, und, deswegen, schöner Anzug. Der nächste Anzug, ist der Spider-Man 2099-Anzug, aber nicht der schwarze, sondern der weiße Anzug. Ja, hier muss ich sagen, äh, ja, er gefällt mir jetzt nicht so direkt, also der schwarze Anzug, der weiß wie später noch kommen werden, gefällt mir besser, und, ja, was soll ich dazu sagen, also, die Standard-Augen sind schon mal nicht da, das ist schon mal schlecht, also, so, die Maske und so, ist jetzt nicht so meins, so, rüstungsmäßig, ist okay, und, das Spinnen-Logo selber, ist jetzt auch nicht so wirklich da, und, hinten, ist es überhaupt nicht, und, es sieht halt sehr, wieder sehr robotermäßig aus, aber, ja, nee, ist jetzt nicht so direkt meins, kann man eigentlich sagen, ist jetzt nicht so direkt meins, so, die, die Dinge, was hier wegstehen, diese, diese roten Dinge, die, die, sind okay, aber, ja, im Großen und Ganzen, kann man machen, ist jetzt nicht so schön, aber, okay. Der nächste ist der Spider-Punk-Anzug, und der, was eigentlich gleich wieder auffällt bei mir, ist, der hat die Standard-Maske, so Standard-Sweitman-Maske, und, so die Standard-Farben, aber, was mir trotzdem gefällt, relativ, und warum auch, der ganze Spaß, die Spider-Punk-Heist, ist, wegen den Dingen da oben, also die, in Anführungszeichen, die Haare von ihm, so, wie heißt's, Af-Iro-Käse, ich glaube, Iro-Käse, ja doch, glaub, ja, denk schon, und halt, die, die, die Weste, so Punker-mäßig, und, was auch immer, das heißt, da gibt's sicher auch Easter eggs, ah, so ein, Spidey-Sticker, noch ein Spidey-Sticker, England-Sticker, und, was weiß ich was, und, das Einzige, was ich nicht verstehe, ist das, SFMN, was heißt das, Spider-Man Freaking, Spider-Freaking-Man, oder was, oh mein Gott, ich glaub wirklich, ich glaub das heißt, Spider-Freaking-Man, okay, wenn's nicht stimmt, dann korrigiert mich bitte, aber ich denke, das heißt das, ich hab's selber nicht, war grad spontan, ja gut, und sonst, ähm, mit der Farbe, ich würde gern, ich würde nur gern sehen, wie, die Hose in Rot aussehen würde, muss nicht sein, dass ich sie unbedingt in Rot mögen würde, was so, passt sie eigentlich auch jetzt mal, weil, ja, ich weiß, die passt sie, aber ich würd's einfach nur gern wissen, wie sie aussehen würde, und so mit den Netzen, und so bei der Hose, aber okay, und die Schuhe sind halt so typisch, ja, typisch Punker mäßig, aber auch ein kleines, nettes Detail, bei beiden Seiten ist so ein kleiner Spidey, ja, doch, kann man sagen, und ne schöne, schöne, enge Hose, ist jetzt nicht so meins, aber, im Großen und Ganzen, kann man sagen, gut ist auch, so, der nächste Anzug, ist der Negativanzug, und ja, hier ist schon klar, es ist einfach theoretisch, fast der gleiche, sondern vom Design her, wie der normale Anzug, nur fast, oh, man unterscheidet sich hier ein bisschen, aber okay, glaube ich zumindest, und ja, also so, das Spinnenlogo ist richtig schön groß, das passt, hinten ist es auch schön, das ist auch gut, und ja, theoretisch ist es halt, angeknüpft an, bis zu Negativ halt, aber so, kann man eigentlich, relativ sagen, ist es ein gelungener Anzug, so mit dem, schwarzen, mit dem weißen, das was dann halt, so negativ mäßig aussieht, und ja, also man kann auf jeden Fall sagen, sieht richtig schön aus, hier bei den Seiten auch, wo ein bisschen, dann das schwarze wieder rauskommt, an beiden Seiten, und das ist dann wieder weiß, und bei den Schuhen, ist auch wieder ein bisschen schwarz, ja doch, ist auf jeden Fall, ist ein schönes Design. Platz 12, geht an Secret Wars Anzug, und hier muss ich sagen, der Anzug gefällt mir wirklich, wirklich gut, ich glaube, ich hätte den auch weiter, äh, vortun können auf der Rangliste, aber ich habe jetzt einfach mal auf 12, because, mir, mir ging die Ideen aus, und ja, also das, hier gefällt mir, dass er so schwarz ist, ja okay, das ist Gewinnungssache, aber die roten Netze, die gefangen mir so, und, äh, die blaue Spinne da, und die was sich dann auch wieder vermischt, und dann hinten zu der, zu der riesigen, großen Spinne wird, also da muss ich echt sagen, der Anzug ist top, in der, wenn ich der Sonne sehe, jetzt nicht wirklich, unten, 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 ja unten, bei den Stiefeln hat man, hat man auch wieder das, äh, schwarz mit den, roten Netzen, finde ich auch okay, und, ja, also hier bei den Beinen, oder so, muss, muss gar nichts sein, weil hier würde auch nichts passen, und, ja, deswegen würde ich, muss ich hier sagen, der Anzug ist einer meiner top Favoriten, obwohl er ein bisschen weiter hoch, oben ist, ich weiß, aber, ne, der ist, der nächste ist, der Spider Armor Anzug, MK2, und, hier, ich glaube, ich hätte eigentlich umtauschen sollen, hier den, den, den Anzug, mit dem Secret Wars Anzug, weil irgendwie, ist der, theoretisch Platz 12, und der vorherige ist Platz 11, aber, ist er jetzt auch real, und, ja, also hier, ähm, ja, es ist, es ist relativ, schön eigentlich, das, das goldene Logo, mit dem Spider-Man Logo halt, logischerweise, und, ja, kann man eigentlich nichts dagegen sagen, nur halt das, hinten und vorn geht mit, geht mit das Logo doch ein bisschen zu weit runter, weil das bedenkt eigentlich den ganzen Körper, das heißt, bedenkt, es zieht sich durch den ganzen Körper, und auf den, bei den Seiten ist es auch, es zieht sich eigentlich, das ganze Spider-Man Logo zieht sich komplett, durch den ganzen Körper, mir wäre es, mir ist es lieber, wenn, wenn es es vorn verbindet, mit dem hinteren, aber nicht durch den ganzen Körper, weil hinten verbindet es sich zwar auch irgendwie, dann, da es durch den ganzen Körper geht, aber, gut, kann man jetzt sagen, wie man will, und, äh, ja, ist ein relativ okayer Anzug, aber ich hätte trotzdem, umgekehrt hätte ich es machen sollen, aber, so, zu dem Anzug muss ich eigentlich eigentlich viel sagen, es ist halt der Anti-Org-Anzug, den was wir zum Schluss bekommen haben, und, ja, dem kommt man sowieso, wenn man die Story abschließt, und, ja, wir haben den Anzug, eh, bei der letzten Mission, äh, eigentlich sehr im Nahen schon gesehen, aber trotzdem, ähm, so, muss ich sagen, das Logo vorne, ist halt genau das, was ich meine, das ist halt mein Geschmack, so, dass es dann irgendwo dann in der Bauchgegend aufhört, nicht komplett durchzieht, und hinten auch irgendwo dann aufhört, nicht komplett durchzieht, und die Augen auch so in der, in der Farbe und so standardmäßig halt wieder, und ansonsten, was ich aber trotzdem auch noch relativ gut finde, ähm, obwohl es ja auch wieder so ein Typ, so ein Roboter mäßig ist, wegen so viel Schutz und was weiß ich was, ähm, dass sich so gelbe Dinger rausleuchten, also so, weil, weil, der Anzug ist ja halt theoretisch schwarz und gelb-gold, und das hier, da, 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 die, die gelben Dinger so rausleuchten, so wie es halt beim Anzug, äh, so wie es halt vorne bei der Spinne auch ist, also es ist eine gute Harmonie zwischen den zwei Farben, ja. So, der Anti-Org-Anzug war die Platz 10, jetzt sind ja noch die Top 10. Nummer 9 ist der, Spider Armor MK1 Anzug, und, ja, ist auch wieder so geschützt, das ist jetzt nicht so robotermäßig, sondern der ist jetzt eher geschützt, das ist eher schon wieder mein Geschmack, und, ja, hier das, das, das Logo ist für mich ein bisschen zu klein, da kann ich ein bisschen herummeckern, okay, aber hinten, ist jetzt auch zwar wieder so ein uraltes Logo von Spider-Man, aber, es ist aber in dem Design gemacht, so wie halt, äh, der Rest, also so wie nicht der Rest, so wie das Schwarze nicht, sondern wie das Silberne ist, wenn es so ungefähr wäre, wie das Schwarze, dann wäre es ein bisschen kacke, aber da ist er, in dem Design ist, wie, wie, wie der Rest, äh, des Anzugs, äh, finde ich, das Ding gar nicht schlecht, ich weiß nicht, ob ihr mal hier jetzt gepeilt habt, was ich meinte, aber, ihr wisst schon, das Silberne Ding, ist es zum Glück hinten auch, wenn es nicht das Silberne Ding wäre, dann wäre es, wäre es kacke, aber es ist auch das Silberne Ding hinten, das Logo, und ja, und sonst, äh, also vorn halt schön die, die Brust so ein bisschen geschützt, so seitlich ein bisschen geschützt, und so die Hose ist komplett, äh, ohne das Ding, das ist auch gut, und unten, ist auch wieder ein bisschen geschützt, so mit diesen, ja, mit diesen, muss, ist es ja nicht so, ja, you know what I mean, nicht wahr, ja, ich, ich kann kein Deutsch mehr, ich nehme schon wieder zu lange auf, und ja, und wie es hier unten rundherum geht, finde ich auch ganz okay, und ja, deswegen, guter Platz 9, obwohl ja, der, die Maske ist auch noch schön, ist auch wieder schön mit den Silbernen Dingen, ja, sind Silberne Dinger, okay, jetzt, Platz 8 ist jetzt, der Spider-Man 2099, der schwarze Anzug, so wie man ihn kennt, und so wie man ihn liebt, denn der andere, der weiße Anzug, habe ich auch noch nie gesehen oder so, aber der Anzug, der ist, ist jetzt, man kann theoretisch sagen, er ist jetzt ein bisschen böse, der Anzug, weil er zu schwarz, mit so einem roten Totenkopf ist, was das Spinnensymbol ist, so vermischt, aber man kann trotzdem sagen, also ich kann trotzdem sagen, ich finde den Anzug geil, obwohl es hinten jetzt kein Logo ist, was ich eigentlich auch ab und zu bemengere, aber, trotzdem muss ich ihm ganz groben sagen, der Anzug ist nicht schlecht, und vorne ist jetzt auch nicht so das typische, das ganz typische Ding, aber es ist, es ist so ähnlich, wie das, wie die typischen Lins, die typischen Augen von Spidey, aber trotzdem, obwohl es nicht so ist, finde ich trotzdem so die Mischung von dem, von den Augen ganz okay, und ja, so die Stacheln, da, das ist jetzt Geschmackssache, ich finde sie jetzt, 50-50, sie sehen ein bisschen okay aus, sie sehen ein bisschen nicht okay aus, und ja, und hier kann ich auch sagen, dass es hier okay ist, dass sich das dunkelblaue, durch den ganzen Körper streckt, also auch bei den Beinen und so, und auch unten bei den Beinen nichts mehr rot wird, obwohl ich mir gewünscht hätte, oder ist hier, ja keine Ahnung, ob unten, warte mal, unten, ja unten ist, ist, unten ist ein bisschen rot, ja, unten ist ein bisschen rot bei den Füßen, und, ja, weil wenn oben, wenn es oben rot wäre, also wenn nicht nur das Logo rot wäre, sondern auch so irgendwas rot wäre, dann würde ich mir wünschen, dass unten bei der Hose, dass da auch was rot wäre, aber da das nicht so ist, ähm, finde ich es ganz okay, dass es so durchgehend blau ist, und das rote Logo, ja. So, der Platz 7 geht an den geschädigten Anzug, ja, der müsste eigentlich, glaube ich, weiter, weiter oben sein, Platz 4 sehen oder so, aber nein, denn, es ist halt so ein typischer Spider-Man-Anzug, und ich bin halt so ein Fan von, von typischen Spider-Man-Sachen, was man jetzt längst schon bemerkt hat, und deswegen finde ich das ganz okay, und ja, dazu kann ich jetzt eigentlich nicht viel sagen, ja, ist halt so das typische, standardmäßige Outfit von Spidey, mit den Rissen halt, von dem Kampf gegen Kingpin, und, ja, ja. So, Platz 6 geht an den verpesserten Anzug, und früher habe ich gedacht, okay, der wird, wenn ich mal so eine Rangliste machen würde, der wäre sicher ganz weit oben, so irgendwas mit 30 oder so, keine Ahnung, aber, ich muss dazu sagen, da ich jetzt das ganze Let's Play mit dem Anzug, äh, Let's Played habe, ähm, muss ich sagen, ich habe mich mit der weißen Spinne angefreundet, also, ich finde es nicht so schlecht mehr, wie, wie, das einzige, was ich mir gewünscht hätte, vielleicht, dass wenn, äh, die rote, das rote Ding, äh, das rote Ding, das weiße Ding, was bei der Hand ist, wenn sich das komplett, da muss ich sagen, komplett bis zu der weißen Spinne bei der Brust hochgezogen hätte, bei beiden Seiten, dann wäre das perfekt gewesen, unten so, bei der, äh, bei dem Bauch und so, das passt ja nicht so weit, das ist gut, und hinten ist jetzt auch fast die gleiche Größe, oder sogar die gleiche Größe, das passt auch, und, ja, diese Träger, oder was auch immer das sein soll, finde ich auch okay, was bei der Schul, bei den Schultern sind, und so bei der Hose, ja, geht auch wieder so ein bisschen rot halt, so wie bei den anderen auch schon ein paar gehabt haben, und der Gürtel ist auch so rot mäßig, so typisches Design, ja, doch, ist, verdient der Platz 6, so, und jetzt die Top 5, so, Platz 5, wer hätte es gedacht, der klassische Anzug, einfach, ich, ich, ich bin's, ich mag einfach so, solche klassischen Anzüge, 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 ja, das komplett stinknormale, wie immer typische Spider-Man, der, der komplett typische Spider-Man, wie man ihn kennt und liebt, einfach so, die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft, einfach so mit dem kleinen Spider-Man Logo, vorne, hinten, das Spider-Man Logo, was ich jetzt nicht so gern habe, außer bei dem anderen Anzug, aber so insgesamt, wenn es hinten, so eins wäre, wie beim, äh, beim, wie bei, beim verbesserten Anzug, die weiße Spinne, nur halt dann in Rot, dann wäre es, glaube ich, perfekt, aber ja, sonst kann man sagen, ist halt, ist halt typischer, typischer Anzug und für mich, der Platz 5. Platz 4, geht an den Stark-Anzug, ich habe früher gar nicht gepeilt, warum Stark überhaupt, aber ich weiß nicht, wegen Tony Stark, glaube er heißt er, also hier Iron Man, obwohl ich jetzt zwar kein Iron Man Fan bin, und deswegen war auch, der Iron Man Anzug, hier mäßige Spider-Man Ding, so weit unten, auf der Liste, oder halt, wie man nennt, wenn man so weit oben, sagen wir so, und trotzdem, weil es auch wieder so ein typisches, typisches Design ist von Spidey, ähm, ist er weiter, in den, äh, wo ist er, Top 5, jedenfalls auf Platz 4, ähm, weil ich den, weil ich den Anzug auch von dem Film kenne, weil ich halt Homecoming auch geschaut habe, und der, der Anzug ist halt auch von Homecoming, und, was mir aber trotzdem auch, relativ, sehr gut gefällt, ist, äh, die, diese schwarzen Dinger, die was hier anfangen, da hochgehen, und dann hier bei den, bei den Armen so rundherum laufen, und so, das, das hebt sich ein bisschen ab, von dem klassischen Anzug, und, ja, sonst, ja, das habe ich, genau hier ist ein perfektes Beispiel, hier oben ist es, rot, mit der kleinen Spinne, gepasst, dann unten, die Hose ist blau, und dann unten ist wieder, rot, das wäre wieder ein bisschen, Kacke, wenn es unten auch wieder blau wäre, so wie die Hose, ne, aber hier ist es wieder, rot, blau, rot, also das, das habe ich gemeint, und hinten, ja, so blau halt wieder, so ganz, ganz, ganz typisch halt, Spider-Man mäßig, gut, und jetzt, die Top 3, Top 3, Nummer 3, geht an, Iron Spider Anzug, bei dem, ist es so, das gefällt mir, weil, erstens, es sieht so, es glänzt so, diese Lichter, die was, hier seitlich sind, und so, das gefällt mir schon mal, ewigst gut, das ist auch wieder so eine Rüstung ist, aber nicht so, so zu sehr Rüstung, und so zu sehr Maschine mäßig, sondern, dass es eine schöne Mischung ist, zwischen einfach nur Anzug, komplett normal Anzug, da fliegt ein Flugzeug, und so, ganz normal Anzug halt, aber trotzdem auch geschützt, und trotzdem richtig cooler, schöner, glänzender Anzug, und, das Logo, es streckt sich wirklich auch noch, bis zu, bis zum Bauch, und das geht dann hier rüber, und das verbindet sich dann oben, unten jetzt zwar nicht, aber oben verbindet sich dann auch schön, damit, mit dem Rücken, mit dem Rückenlogo, und, und dann hat es hinten auch noch eine andere Farbe, auch rot, vorne hat es blau, hinten hat es dann rot, das verbindet sich richtig schön, die Farben harmonieren dann komplett, und bei der Maske kann ja, eigentlich nur zu sagen, ja, leuchtet richtig schön blau, oder richtig, ja, hellblau eigentlich, so in den Farben halt, wo es auch hier bei den Armen ist, und, ja, also, deswegen muss ich sagen, hier richtig schönes Design, und hier ist auch wieder, unten, äh, oben rot, dann wird ein bisschen blau halt, so typisch, aber unten halt dann die Hose blau, und dann zum Glück, die Stiefel sind rot, also deswegen, ist das hier auch ein verdienter Platz 3. Platz 2, ist der Spider-Armor-Anzug, MK4, und logisch, warum, mich der, mir der Anzug so gefällt, weil es halt standardmäßig, Standard-Anzug ist, und, weil es halt auch wieder so glänzend ist, aber das Highlight, was mich an dem Anzug richtig gefällt, ist die, die leuchtende, neon, hellgrüne Spinne, und die Augen, die was einfach perfekt dazu passen, und, weil es so glänzt, deswegen betont, deswegen betont es die Spinne, und dann, sag mal so, die Spinne betont den Anzug, und der Anzug betont die Spinne, das ist einfach beides perfekt in Harmonie, und, ja, und sonst ist es halt eigentlich, kann man sagen, relativ komplett stinknormal, stinknormaler Anzug, ja, deswegen, würde ich jetzt sagen, wir, gehen zu dem, wer hätte es gedacht, Platz 1 ist der Netzanzug, der, Raimi, Ramir, Suit, irgendwie, ich weiß nicht, den Namen, aber das ist der Platz 1, denn, warum wohl, es ist der stinknormale, typische, standardmäßige Spider-Man, denn was man auch schon in Spider-Man 1, Spider-Man 2, und Spider-Man 3 gesehen hat, dann hat sich ja leider ein bisschen verändert, hier bei der Amazing Spider-Man, und bei Homecoming, also auch verändert, das wissen wir ja, haben wir auch gesehen, aber, das ist halt so ein typischer, wie ich mir ein Spider-Man vorstelle, das ist einfach so ganz typisch, so, vorne, die Spinne nicht zu groß, nicht zu klein, die geht zwar jetzt auch nicht so, wie ich es halt gerne hätte, so ein bisschen zum Bauch, aber das ist trotzdem, futzpiepsiger, weil sie hat halt so eine stinknormale, Standardgröße, und hinten hat es auch nicht so, dieses komplett, äh, kreismäßige Spinnensymbol, sondern halt wirklich auch eine Spinne, so eine ganz stinknormale, komplett normale Spinne, wie vorne, nur halt auch ein bisschen größer, und auch mit einer anderen Farbe, also mit Rot, Blau und Rot passt, und auch diese, die silberne Netze, also das komplett, Rot-Blaue, äh, die rot-blauen Farben, aber halt, das, wo sich das Rot halt komplett mit dem, mit den silbernen Netzen so vereinigt, also nicht mit den Blauen Netzen, oder so, wie man das kennt, oder mit, ja doch mit den Blauen Netzen kennt man das, äh, sondern mit silbernen Netzen, und deswegen, muss ich hier jetzt also sagen, und, ja, blaue Hose, typisch, und unten auch, mit den Schuhen, und auch silberne Netze, deswegen muss ich sagen, so, sieht für mich einfach ein stinknormaler, Spinnensymbol aus, und deswegen ist der einfach Platz Nummer 1, also, ja, meine Meinung, war das, das war's mit den 40 Anzügen, ich hätte, ja, ich hätte zwei Anzüge umtaschen können, aber, okay, aber sonst, insgesamt bin ich mit der Liste relativ zufrieden, kann man machen, und jetzt wisst ihr, warum, ich, äh, den Anzug, bei dem Platz habe, und, 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 anderen Anzug bei dem Platz, und, jetzt wisst ihr auch die Meinung von jedem Anzug von mir, und, deswegen würde ich sagen, mit dem Anzug, und mit ein bisschen herumschwingen, äh, verabschiede ich mich, von, dem, kleinen Video, und wir hören uns dann, bei dem nächsten, Let's Play wieder, also, ich und Spidey, sagen, Ciao.